Ständig Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen. Dann hat mein Arzt mir Kijimea Pro empfohlen und meine Darmbeschwerden waren wie weg. Wie weg? Kijimea Pro. Mehr auf kijimea.de Herzlich willkommen zu Ad Hoc24 am 8. April. Auch wenn der Europäische Gerichtshof zuletzt kein Problem mit Apothekenplattformen gesehen hat, das Finanzierungsmodell wackelt. Denn schon in zweiter Instanz wurde Doc Morris untersagt, sich einen Anteil vom Umsatz als Provision zahlen zu lassen. Doc Morris wollte nämlich von den teilnehmenden Apotheken, neben den knapp 400 Euro monatlich für die Leistung, auch eine Gebühr von 10% des Nettoverkaufspreises für alle über die Plattform verkauften, nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Das Oberlandesgericht Karlsruhe gab wie zuvor das Landgericht einer Klage der Apothekerkammer Nordrhein-Stadt. Allerdings wurde Revision zugelassen, sodass sich wohl bald der Bundesgerichtshof damit auseinandersetzen muss. Weil Apothekerinnen und Apotheker fehlen, will Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Versorgung in seinen Leitfilialen durch PTA sichern. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Während die Zahl der Erprobierten langsam aber kontinuierlich steigt, zeichnet sich ausgerechnet bei PTA erstmals ein Rückgang ab. Rund 167.600 Menschen arbeiten laut Gesundheitsberichterstattung des Bundes in den rund 18.000 Apotheken, Reinigungskräfte, Fahrer und andere externe Kräfte nicht mitgezählt. Obwohl die Zahl der Betriebe seit 2008 abnimmt und der Trend sich seit 2018 sogar deutlich verschärft hat, wuchs die Beschäftigungszahl bis 2021 stetig an. Zwischen 2000 und 2010 weist die GBE über alle Berufe hinweg ein Plus von 8,4 Prozent aus. Zwischen 2011 und 2020 waren es sogar 9,3 Prozent. Doch zuletzt kam es zu einer Trendwende. Sowohl 2021 als auch 2022 sank die Gesamtzahl der Mitarbeitenden in den Apotheken. Zum ersten Mal überhaupt sank hier auch die Zahl der PTA. Dieselben Räume, dieselben MitarbeiterInnen. Nur ein neues Konzept. In der ehemaligen Pilgrim-Apotheke im thüringischen Treffort ist jetzt ein Gesundheitsmarkt untergebracht. Das Landesamt für Verbraucherschutz Thüringen als Aufsichtsbehörde war nach eigenen Angaben in die Entwicklung des Konzepts eingebunden und hat auch eine erste Inspektion durchgeführt. Die Landesapothekerkammer Thüringen äußerte dagegen herbe Kritik. Der Gesundheitsmarkt dürfe nicht als Apotheke dargestellt werden, so Danny Neide, Geschäftsführer der Kammer. Die Bestellung der Grippeimpfstoffe für die nächste Saison sollte eigentlich Ende März abgeschlossen sein. Doch das Paul-Ehrlich-Institut warnt mit Blick auf die angemeldeten Dosen von möglichen Einschränkungen der Impfstoffverfügbarkeit. Apotheken können die Vakzine noch bis Ende April bestellen, sollten aber ihr eigenes wirtschaftliches Risiko im Hinterkopf haben. Denn die Vergütung ist nach wie vor ungeklärt. Die ABDA unterstützt laut HAV zwar den Aufruf des Paul-Ehrlich-Instituts, hat aber auf die Problematik des Verwurfs bei Grippeimpfstoffen hingewiesen, der den Apotheken nicht erstattet wird. Deshalb sollten die Retourenregelungen beachtet werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.